Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Wer, DI ruft für Mittwoch zum Lufthansa-Warnstreik auf? Passagiere der Lufthansa müssen sich am Mittwoch auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft FairDI hat die etwa 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals der Airline zum Warnstreik aufgerufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft FairDI hat die etwa 20.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa bundesweit zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand beginne Mittwochmorgen um 3 Uhr und 45 Minuten und Ende am Donnerstag um 6 Uhr, teilte die Gewerkschaft mit. Aufgerufen sind die Beschäftigten Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und anderen Töchtern des Konzerns an allen Lufthansa-Standorten, also etwa in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München und Berlin. Zum Bodenpersonal gehören unter anderem Techniker und Logistiker, ohne deren Dienstleistungen die Flugzeuge nicht abheben können. Wer, DI fordert 9,5% mehr Lohn? Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen. In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen Mitte Juli wurde kein Ergebnis erzielt. Wer, DI hatte ein erstes Tarifangebot der Lufthansa als unzureichend abgelehnt. Nach Gewerkschaftsangaben hatte das Unternehmen bei den Verhandlungen in Hamburg Festbeträge und eine ergebnisabhängige Komponente bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten. Die Gewerkschaft fordert bei 12 Monaten Laufzeit 9,5% mehr Geld. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.